ja wir sind im dolce by windham hotel in baden nauheim und es ist recht großzügiges zimmer muss ich sagen also und ein tolles bad marmor sogar echt da war sicher für meine badewanne drin jetzt ist hier eine tolle dusche drin ja mit einer reinigungs dusche und einem rain shower dusche toll also sogar was immer dazugehören muss der größerungsspiegel schminkspiegel ja und natürlich riesen spiegel also alles was dazugehört föhn und so weiter ja wir sind jetzt bloß hier rein haben gestürmt und haben wir alles hier so hin der fernseher könnte ein bisschen größer sein aber man ist ja mit allem zufrieden ach guck da war früher der andere fernseher drin ja also schönes großes bett doppelt bett ja und das weiß ich noch gar nicht was das ist wahrscheinlich eine klimaanlage hinten und dann haben wir hier natürlich noch einen balkon und das ist natürlich gut die plastik sessel sind so das aber toll und wir sind hier am garten da hinten steht sogar unser auto ja und jetzt müssen wir mal erkunden was sonst noch alles schönes ist hier an dem hotel ja weil wir wollen ja ein bisschen den spa bereich nutzen und also der erste eindruck ist auf jeden fall mal super ja und da sage ich dann mal hallo und ade bleibt gesund und wir machen uns ein schönes wochenende hier mit elvis deswegen sind wir auch gekommen um den elvis zu bestaunen hier der sich herum getrieben hat also bx